Wegen Verwurzungsverbot. Und dann kommt anschließend eine Polizeiführung, die sich einmeldet. Sie können das hier durchsetzen. Wo sind wir gelandet? Ich habe das eigentliche Rechtchen habe ich noch. Und ich muss sagen, dass der Wohnkassenschutz braucht und dass der Aufschlag braucht. Also, der kann sich nicht mehr sagen, soweit ist es mit dieser regierlichen Demokratie gekommen und in diesem angeblichem Rechtsstaat widersetzt sich sogar die Polizeiführung, die im Gericht beschlüsst, das muss man sich mal durch den Kopf gelassen. Ich bin nur gelaufen, als die Politikerin, die so einen Verschutzen an den Kinderhauten und die in Europa auf den Rhein-Porten, die 100 Tage vorhin zu bekommen haben, und sie sind nicht die Töne, diejenigen, die so eine Anleitung, die ersten sich in der Nähe nicht auf der Strafe und die Gemeinde natürlich zu frei bleiben. Diejenigen, die im Ministerium sitzen oder Ultimator spüren und die Wasserwahrer zum Rhein-Porten ins Rhein-Porten, wo er den Stuttgart wischen soll, das sind die Freikiräuern und diese Freikiräuern, die sehen immer, wie man auf jeden Fall ist, wenn man keine Antwort ist, egal. Und die müssen halt weg und glücklich werden, dass diese Anleitung ist. Und die sind ganz, ganz Menschen, die gerade dabei, selbst Familienfälle, die nicht anders können, weil sie ihn auf dem Netz der Geldwirtschaft leben und auch über die Richtung haben. Und trotzdem lassen sie uns mehr gewähren, als sie dürften. Von diesen Leuten ziehe ich meinen Mut. Und wenn ihr gerade dabei seid, muss ich noch bitte zu, heute Abend, das muss ich sehr, sehr freuen. Dann gab es schon noch einmal derselben, wie bei der letzten Wahl, bei der letzten Punkt, die gewehrt wurde. Wir begrüßen und ehren an dieser Stelle Herrn Dienstgruppenleiter Bernd Beierlein aus Ausbruch, den ersten Polizisten. Und wir begrüßen und ehren an dieser Stelle, der sich über den Angriff von einer Bühne für die Erklärung zu sprechen. Und wir ehren Herrn Kriminalhauptpumisar Michelin. 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 Und wir ehren immer noch nicht. Und ich weiß, warum er mit diesem System ist, dass er sich immer noch Rechtsstaat nennt und Euro-Quarantien nennt. Wer müsste doch jetzt noch zwei Beweise dazu bekommen haben, die endlich zum Überlegen bringen müssten, dass es Zeit wird für eine andere Zeit, für eine Zeit, die wieder da ist für die Menschen und die Strecke sind. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Guckt euch die Fahne an da hinten, das ist ja Wahnsinn. Die Deutschlandfahne. Alles Nazis, Rechtsextreme, Verschwörungstheoretiker, Herr Geisel. Unglaublich. ZDF, 1500 Leute, die stehen alleine schon hier. Lügenpresse. Lügenfernsehen. Wahnsinn. Schließt euch an, wir skandiert. Ja, richtig. Und wir schließen uns an. Da könnt ihr GIF drauf nehmen. coruseriert damit. Oh speaking, ich spieramisens. Das 503 hat mich direkt hier. Ich sto. Na die Rated quiens gym. Die Rated quiens妳. Na die Ratschi. Ich Mans šig schon jährwości. Ich binarroth. Ich binarroth. Ich binarroth. Ich binarroth. Frieden, 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 Frieden! Die Kirchen hat einen Kurs simpler. Die Kirchen hat einen Kurs Grab. Die Kirchen hat einen Kurs comercialAuft. Die Kirchen hat einen Kurs crus steht an. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020